glaube ich habe da mehr was kommt zu einem neuen video und ja wir haben das wie viel ein gast natürlich wie heißt es gerade und ja ich habe noch etwas besser dafür muss ich jetzt nicht immer zweimal was sagen ich dir nicht höre sondern ich musste immer ich muss nicht hören muss ich sagen hey was kann da nicht wollen wir eine runde pvp und da geht der arbeit schönes auto wo du hast ich habe diese auto verkauft ja nein aber man halt ich kaufe mir das weil das das auto kann springen wenn du es auf jungs ja ja aber was ich habe nicht hier zu viel geld gehabt als habe ich mir einen anderen wagen geholt aus 6 und noch was kostet ja aber was ich habe ich habe gesagt einfach noch diese pvp runde dann gebe geht ja alles klar ja gut aber das ist jetzt die leute lassen gleich nicht direkt kämpfen sondern lasst uns nach bekämpfen es wird er halt dann fair wo scheiß wir heute gefallen leute wenn ihr mein herz erzählen würde das ist so dumm es ist blau war es auch aber richtig geil ich will auch sein hätte da war und dann die vor allem so groß altarsch gesehen ja ich da habe ich mir kommt wer hat eine herz gekauft wo sie eigentlich gekauft mediamarkt mediamarkt machen ja ich will mir auch nicht kaufen aber ich wieder für den gleichen herzig auf was ich habe meine war richtig bombe man konnte richtig geil hören warum man kommt doch halt laut stellen leise stellen und das war richtig bombe ich habe es gefeiert kann man auch bei jedem hätte machen na nicht so alle nicht so alle es gibt es war dem sollen das war wirklich ein besonderer headset ein besonderer ich habe überhaupt kein bisschen unendlich wird unendlich der bogen oh mein gott oh mein gott oh mein gott nur zu wissen das ist nicht wie das spiel laut rein warte hat die was hat der rückstoß hat die axt ich brauche ich brauche stärke vier oder so ist wie es heißt eine junge stärke vier englisch sehr stark keine ahnung was sind da als da feuer auf dem stock ist feuer und rückstoß drauf ist nicht so p aber ich bin die mitte mal eine minute aber ich will aber keine rückstoß axt ich will eine spitzhacke die was achte menschen was geldt wenn wir machen leute wissen seite ich nicht mit schimpfen ich habe noch gesagt noch nicht an welchen herr als ob du das gehört hast ja ich kann ich bin eben gut im hörn wenn es laut kalu ich habe ein felser so laut gedreht ich hab schon ein schwert speed portion gar nicht gebraucht also noch nicht kämpfen aber ein bisschen angreifen ja man kann schon ein junger ich bin voll das hast du das euch ein feuer bin ich habe im bogen der unendlichkeiten ich habe nur ein feld er ist aber leute ich mit den großen großen mit dazu geil recht zu es hat nur cool gemacht leute wissen könnt euch die 55 damage auf eine schaufel schärfe 2 und 55 also fünf kommen fünf der mensch okay wenn ich das kämpfen 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 ich habe aber doch genau so eine güte ja und ich habe keine schuhe also kommen ja warte ich gebe die schuhe warte ich finde dann kommen die mitte da kämpfen ja warte ich muss kurz hoch ein dann gucke ich bin ich bin ich noch nicht noch nicht weg damit ja warte ich muss kurz hoch ein auf grund zu leben er hat man hast du noch ein bogen für mich warum ich brauch mal einen bestimmten bogen was feuer heißt weil es ist kein vollbogen ich auch auch keine feine mehr aber wegen stecke stecken zählen vielleicht ok kampf 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 warte 12 hatte ja natürlich man aber nicht die sache einnehmen ist für die umkehr nein ja dann gibt es noch kürze wir machen als natürlich fern wir die sache nicht einnehmen aber denn wir müssen jetzt langsam kämpfen weil wir haben noch sechs leben also ja du hast mal mehr leben als ich hier wo schon die schwarzen sowas hallo meine sachen hier sind wir schwarz hier ist ein bogen er hat vielleicht muss man auch die schuhe okay warte mal wie sie noch nicht bezahlt aber warte mal ich brauch schuhe bedingt du hast gerade halt noch hose ja okay ich habe die ja ja was ich habe habe ich gesagt ja wir sind einmal abschießen aber dann nicht mehr hier war eisenhose leute ich schade geschließen da ist man jetzt gefeiert was schnitzel in das spiel weltgeil wir haben genug zeit der welt nein da bin ich weiß gar nicht wie lange ich zocken darf ja nicht mehr lange noch diese pvp-runde dann gehen wir gta und ja du hast eh gelacht also liebst du nein kommen wir wissen ich habe noch ein herz mancher will das nicht was hast du denn gemacht wenn du jetzt nicht spielen darf wir haben auch ich habe ihn aber nicht mehr lange ja warum nicht lange nicht ich habe ich habe dich ja vorher gefragt ob du online kommst da durfte ich noch richtig lange aber da wird jetzt so spät kommst dann darf ich nicht mehr lange du verstehst er warte mal kurz wenn er sortieren und werden schießt mich jetzt ab mein gott da bist du gar nicht mal verliegen wie die ich kann sogar falle weil ich unter den schütze eigentlichkeit war es mir besser nein warte mal ich brauche gut wasser ich kann nicht hüpfen ja ja er kommt mal kampf mal kampf mal kampf ohne bogen jetzt mal kommt jetzt ohne bogen bis jetzt den busse du jetzt nur im bogen kommt so aus es kommt ja das geld muss niemals kommt da kommt jetzt gerne busse sein da kann ok war ich habe voll damit ist auch so ok 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 bitte nicht bitte drei herz und ich schwöre auf alles okay warte warte wir dürfen uns angreifen aber wenn man durch den stopp sagt dann dass man es nicht mehr was habe ich gesagt ich habe sie auch stopp gesagt ich will ein wie ein bestimmtes ding aber es gibt es hier nicht ich will ein bogen der was acht damage hat mindestens ach warte kurz nicht abballern ich sagte kurz nicht abballen ich glaube ich gar nichts auf die leute denn die in 50 sekunden wenn wir die und ich bin in wasser nein und er muss raus ja jetzt schnell weg und essen komm jetzt schnell karlow wie dürfen wir uns jetzt nicht decken gehen bogen falls bogen fallen danni junge guck mal wie du in deckung gehst alter ja ich glaube und so in deckung ist viel das ist ein kiel darum jetzt ist aber noch eine schnelle wunde machen schnell also jetzt hallo ich gehe aber nicht geht ja nicht schnell machst denn wir haben nicht mehr viel zeit schneid drauf man ist egal jetzt wann wie geht ja gehen braucht auch eine schnittzeit lassen sitzt die schnitt die bar zeit man noch im eintriff gehen oder habe ich nicht recht mama drückt bereit dann geht schneller tritt bereit ja aber sind leute drin oder kann lassen sie machen warum lasst uns die machen warum sind leute ich mir jetzt einfach eine kiste dann gehe ich raus weg ok karlow machen team wir machen team karlow sehr schon er wird sie machen sind zwei gegen zwei bis jetzt ängste ist der tod ja schwer wenn du er mal jetzt gehen nach oben in die fucking mitte und hütte den scheißen aber das hatte für rüstung ja wo ist er wo ist der ja er ist tot ok hast du deine sachen wieder nein habe ich nicht weil die verbrannt sind scheiße nicht warum rennst du deine schmerz diese opfer du hast beide am arsch ja natürlich ich bin meister ich guck mal wer zu mir kommt schnell leise gerade ich habe die 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 pickaxe die was acht damage macht oh keine macht mit mir aber wie ich habe am nächsten tag machen ja ich bin mit ich habe ein bisschen ein die erschwert ich bin in der mitte nicht ich bin auch in der mitte ja warte mal ich habe eine röschung weggeschmissen was kannst du gebrauchen die hose um dein leben renn um dein leben alte sind noch diese zu zweit gegen die sind zu zweit im team habe ich als ob du die beide weg geholt das alles was glaubst du dennis rasierer 2.000 warum warum ich habe eine die axt die pickaxe gemacht ach der mensch mehr ein bisschen von deiner rüstung was ich kriege habe keine angst gut gut geht mit der stärke stärke direkt zu jemanden brennen zweimal hits man ich habe zwei hits gegeben carlo mit meinen feuerbogen was ist der danke man brauchst du bogen ich kann geben woher gibt 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 geht auf ihn auf ihn zerregt dich kann ich aber auch gibt pfeile hauptsächlich getroffen wo bist du betont betont oh mein gott wo warst du überlebt überlebt wo warst du ich habe ihn erfolgt ja hier was ist die kiste ja feile ich brauche dafür gut 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 egal braucht der bogen ross bogen feuerbogen mit 30 feuerbogen hier hier dankeschön rochst du es nun kurz zu radium verlassen okay wir müssen kämpfen doch okay warte warte ich muss noch essen ja ich glaube ich gewinne 1 2 3 ich glaube ich gibt langsam hits nicht so schnelle hits verstecken ich habe den sachen nicht eingesammelt du hast richtig gute potions sich gerade aber warte ich guck mal sie in sachen untergefallen nein gut warte lassen aber schnell in die kiste noch gehen schnell 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 ich habe dir gesagt ich lass mich schnell in die kiste gehen ja ich brauche essen die ich brauche ich nicht stärker dann wird automatisch beendet ja warte dann wird automatisch beendet ja warte so schnell was ich habe wie viel geld hast du eigentlich